ist glaube ich direkt unter mir mach einfach die dinger die jetzt hier nach außen stehen meinst du ja nicht nur weil hier in der mitte wo das loch ist auf der höhe würde ich die setzen diesmal das ist nämlich auch ich bin nämlich direkt über dir links auf der plan genau auf der wo du jetzt gebaut hast und auf der höhe die reihe würde ich einmal ein bisschen durchbauen weil dann kann ich hier nämlich weitersitzen ich kann immer zwei zählings setzen das geht's nicht so ja es ist total beschissen da unten mit dem sitzen so also spike kommt schon mal nicht im keller rein spike so noch ein ne für spike ist die tür zu klein aber kaidan kommt da runter ja ich wollte gerade mit dem bike auch runter aber er musste wahrscheinlich in kaidan legen so die nächsten haben auf der höhe mach mal alle rein voll alle die da waren dann kann ich nämlich alle erstmal auf zwei erweitern wie toll alle die da waren einmal die reihe durch auf der höhe so hier ist ein loch drin warum ist jetzt hier noch drin das verstehe ich jetzt nicht da ist jetzt eine rille drin hier ist eine rille das fände jetzt so klar kannst du nach unten gucken haben ein luftloch das geht nicht dass da geht es ja jetzt sehe ich das noch aber auch da haben wir noch durch komisch ganz komisch solange man die stillschild ist alles in ordnung ja 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 sich auch so so was tut ihr euch eigentlich an wir bauen uns ein haus naja ich würde ja sagen wir bauen uns ein palast deswegen von der größe her hätte ich jetzt langsam mal gut befunden bist ja bald einmal komplett über dem see du musst bedenken jobi die beete müssen da rein die brutstätte muss da rein dein ganzer deine ganzen tische müssen da rein das lager habe ich schon extra nach unten gebaut damit und die die rechse brauchen planen so die rechse groß ich freue mich wenn wir das ganze aus stein wir haben extra die böden aus holz gemacht die böden sind aus holz die wände und der gast wird aus stein was ist das für ein zeug das ist jetzt nur der boden der aus holz ist weil das einfach schneller geht also groß doch nicht das ist nicht mal ein palast sondern eher eine festung ja da sollen ja alle die fort nox ja das wird eher fort so war ne ich habe da gar nichts getan ich habe nichts getan nicht ein stück holz eingebaut stimmt ja nicht du hast auch schon gefarmt erzähl nicht ich habe ich habe ja krass wo kannst du nicht mehr weiter bauen wo soll ich noch einsetzen ich kann ja ganz rechts also von dir aus wenn du davor steht links genau hier hier kann ich nicht weiter bauen ich bin auch gerade am gucken so hier haben wir ja das einer zwei so geht es jetzt wieder na ich gucke gerade wo ich also hier vorne kürlig aus wenn man das von oben sieht was sieht das alles so wildkürlich aus die pillars ja ja ich denke mal wenn hinter das haus das gebäude richtig darauf steht dann sieht das anders aus so hier kann ich vorne an die ecke an den auslaufenden oder hier der eine hier der ist nicht bis am boden weil hier kann ich keine platte reinsetzen welcher der wo glaube ich die bertha direkt vor steht die reihe alter ich drehe durch hier wo ich bin hier oben der hier rechts der der ist nicht ganz unten jetzt hatte ich backroll sonst wäre ich jetzt runter geflogen die drei sind alle auf dem boden weil der sagt mir der wie an der ecke wo bist du da bist du hier bin ich der hier rechts neben mir versuch doch mal ein gigant der hat beim ja ja ich weiß wie viel leben der hat wir haben ja schon gesucht wir haben keinen gefunden da soll ja nur ein bis zwei auf dem server sein gigantosaurus das ist der das ist der unberechenbare den nennen wir auch so ne der kriegt dann namen und dann der unberechenbare ja aber dafür würde ich am liebsten hätte ich für den quad wer sowieso sinniger dies quatzt sich vorher zu holen weil die quad zu eier brauchen als als am optimalsten prime geht auch aber jaja was ich gesehen habe auch jetzt ist es unten so hast du den zentimeter hast du den zentimeter noch dran gesetzt so jaja so jetzt kann ich hier brauche ich hier links deine ich bin gerade ein bisschen am üben hier lass ihn mal ein bisschen üben gandu ich bin hier bei mir mit mir üben komm oh wo ich draufstehe jubi da brauche ich äh wo bist denn du Verlängerung hier am neuner gebäude vorne wie gut dass du mich nicht hoch schieb äh schießt wenn ich hier ähm wenn ich nicht schade ne dass ich erstmal einen halben meter nach oben knall so zap zap guck mal von der seite jubi äh wie viele plattformen sind das noch bis zum baum circa ui je ich seh das hier nicht so richtig wolltest du bis zum baum machen oder was ja das sind jetzt glaube ich noch ein oder zwei dann ist voll machst du mal hier drunter noch mal eine wo ich draufstehe äh so ein oder zwei dann bist du ungefähr hier wo ich jetzt stehe ja machst du wo ich hier draufstehe äh auf dem vorsprung nochmal so ein ding dann mach ich dann nochmal zwei dran und das ist das ist dann die endgrenze da da sollten dann alle immer noch ausbauen ja sehr cool ansonsten ich seh hier beim rex hier vorne hacke mich jetzt ins spiel ok auf geht's wer hackt sich rein immer versuchen wer will sich hier rein hacken ha klappt eh nicht ja dann kriegen wir auch ein problem ist mein server oh nein er ist nicht unten ich hab auch keine pille mehr ha 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 nimm dir aber hier spike nimm dir hier spike ha 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 ja setz dich drauf nennen du wählst dich drauf hast du bertha ja gut am holzbaum gott gott was nehme ich jetzt noch keine piller herstellen gleich ich kann piller herstellen brauchst du das passwort das habe ich mir schon gedacht 190 sonst nicht eine private nummer geben jubi sollte mich deine private nummer geben meinen die haben sie ja leider gesperrt wie die haben deine nummer gesperrt ist ein böses kleines wie ich ne wer na dieser spike auch spike ist noch ganz harmlos so mein frosch ist am glänzen wenn die sonne so drauf fällt nur aufpassen dass du nicht zu voll macht jetzt aber gelöckelt ob das bike voll ist mein frosch ist weiß der ist nicht schwarz oder farbenblind so wirklich so aber das ganze nähe wird sagen wir haben aber feiler im schrank irgendwie kann ich nicht auf die karte gucken oder funktioniert das bei euch und dann das mausrad nach oben genau das stimmt wir haben die einstellung ja immer noch nicht von der map gefunden ach der wolf ja midnight ist mein wolf ist pechschwarz nein aufsteigen also jetzt habe ich das habe ich den stein im holzschrank gelegt ich bin auch ein bisschen bananer aufsteigen komm mach schon drückt will er dich nicht aufsteigen lassen ja doch doch er hat ja die viele chancen also hat er nicht viel zu sagen nun die linie eben Ne geht nicht nöh so 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 also ich bin désert quasi aber sicherlich wird ja machst du platz kommt aufs couple Ó Huch, Backroll. Willst du den Zober? Keine Ahnung. Der Zober bekommt es nicht. Schilder aufstellen für die Schränke, was wohin kommt. Die Schränke sind alle beschriftet. Welchen haben wir denn hier? Ist das meiner? Ist das meiner? Ja, das ist meiner. Zober, wenn der Spike voll ist, stellst du vorne ab. Ich komme dann nachher mit dem Kleinen und hole immer alles raus. Aber wir werden bestimmt noch mal ein paar Schilder aufstellen. Die Schilder sind gar nicht mal so schlecht. Jaja, ein paar Schilder stellen wir schon auf. Wegen hier Baumaterial links, Waffen, Werkzeuge hinten rechts und solche Sachen. Das werden wir schon machen. So, ich habe Odin mal geholt. Bei Odin hat glaube ich auch Waffenwalze-Material im Bauch. Ich bring dir gerade Holz. Du bringst mir Holz. So, was hat er denn noch hier so schönes? Das ist das normale Dino-Tor drin. Ach, neben Bertha steht Folgen, aber nee. Bützen du. Bei mir backt es gerade. Ich bringe ihn mal wieder zurück. Ja, wo ist denn der Bertha? Wo ist denn die Dicke? Da ist die Dicke. Aber ich hole mal am besten mal Fetch und Fiber raus und komme dann zu dir. Ja, ich bin gerade mit einer Riesenladung Holz raus reingelaufen. Ja, hättest du ja drin lassen können. Ich komme zu dir raus. So, soll ich wieder raus gehen? Ja, genau. Geh mal wieder mit raus. Und nein, ich kann dich schneller. Warum nicht? Stellen Sie sich mal nicht so an, junger Mann. Da ist ja nichts drin in dem Apparat. Wie lange haben wir gefarmt? Ja, wir fahren schon ein bisschen länger. Aber auch erst seit kurzem, ne? So zwei Tagen? Wir fahren schon ein bisschen länger, aber erst seit kurzem. Ja, so zwei Tage sind wir jetzt dran. So, hier liegt alles wieder in hier drin drin. Wir haben einen Drive-Groß. Ne, das ist nicht unser erster Server. Wir waren vorher woanders. Also ich nicht. Ja, du nicht. Du warst ja auch nicht bei uns. Ich kann da hinten den Streimer angucken. Und Gando war ja vorher auch nicht bei uns. So, wo ist denn das ganze Holz hier? Auch das bisschen Holz da. So, ich glaube, es ist schon mal los. Ja? Kannst du mal mit dem Wolf hier zum Strand kommen? Warum? Weil ich backe hier gerade. Ich bringe immer wieder zurück. Ich muss mich auslocken, wieder einlocken. Da braucht jemanden, der aufpasst. Genau. Komm, mit dem Wolf hier hin. Ja, wo bist du denn? Wenn du zum Strand runter... Ja, mit unten am Strand. Das ist geil, ne? Alles Strand. Ich bin am Strand. Wenn da was hat man vorbeigereitet. Ich seh den schon. Ja, genau da. Warte, ich hab zwar gerade keinen Wolf, aber das tut's auch. Ja, ich seh egal. Hauptsache passt so ein bisschen auf. Ich lock mal aus. Hallo, Echo. Keine Antwort? Oh. Jetzt hab ich aber auch die Backrolls. Ja, die sind... Ja. Kommt, den ganzen Mist. Brauen wir nicht. Brauen wir nicht. Brauen wir nicht. Brauen wir nicht. Brauen wir nicht.